Existiert ein KUFA-Kurs in der VHS-Cloud noch nicht, so kann er ganz einfach erstellt werden. Dazu hier im Kursstamm auf den Reiter E-Learning klicken. Das Anlegen des Kursraumes in der VHS-Cloud mit einem Klick auf Kurs anlegen starten. Die Abfrage soll der Datensatz wirklich zur VHS-Cloud hochgeladen werden mit einem Klick auf Ja bestätigen. Das erfolgreiche Anlegen des Kurses wird angezeigt und kann mit einem Klick auf OK geschlossen werden. Hier wird der Kurscode angezeigt.